Wie bringen wir jetzt der Lotta das Nein sagen bei, Larissa, auf das Pferd mit, wenn man die am Ohr krabbelt? Ist die Mama böse? Ist die Mama böse? Ist die Mama böse? Also bei der klappt es nicht. Das war jetzt ein kleiner Ruck und das ist halt immer den kleinsten Versuch würdig beim Pferd, kommt man schneller voran.